Außer es ist nachher wieder irgendein Joke-Ding, ich bin mal gespannt. Wirds canceled, stars dropping out, mean words spoken, and viewership plummeting. I mean, it's hard to remember that it wasn't always like this. There once was a beautiful moment in television, a moment called 2015. If you're like me, you've been witness to an exciting time in the fantasy genre. They're calling it the fantasy BOOM. With the unexpected rise of Game of Thrones, TV networks and streamers got wise to the fact that fantasy is an awesome genre, and that it can work very well in serialized form. But with every boom comes a bust. BOOM! No, I said bust. Thank you. And while I don't think we're fully at that point, we're definitely on our way. There is a culprit here, and no, it isn't that Game of Thrones shat the bed in its final season. A season so bad, even I know what happens in it. I haven't even watched the show. I just started reading the books this month because I'm addicted to showing up late to parties. The point is, it stank, and since then, streaming services have been hunting for the next big fantasy show. But not just a fantasy show, oh no, no. And here's the first part of the problem. Game of Thrones raised the bar a little too high, not in terms of quality, but success. Network executives, instead of looking for a sustainable, long-term solution, wanted the white whale, the next Game of Thrones. We had some early contenders. Uh, I'd say roughly, uh, four. But not all of them could be the chosen one. Let's go through them right now on who wants to be the next Game of Thrones? Pintestant number one. In my mind, Wheel of Time was the fantasy fans adaptation. Beloved source material, long neglected, getting the high budget Amazon treatment with a genuine movie star. There's a million books and it is finished. Part Lord of the Rings, part Dune and entirely insane. Kind of a logical choice for- Wow, George RR Martin Slander, einfach mal so reingebaut. Mein Bro kann noch nichts dafür, dass er lange braucht für seine Bücher. Aber ja, ich glaube, ich finde das eine ganz interessante Aussage, mit dem, es geht nicht darum, einfach nur einen großen Success zu haben, sondern du brauchst halt den exakt gleichen Success wie bei Game of Thrones. Und das ist halt, das kannst du auch nicht wirklich, das kannst du nicht auf Biegen und Brechen produzieren. Du kannst die größte Marke der Welt nehmen, du kannst auch eine sehr gute Show machen, aber den perfekten Zeitgeist einzufangen und dass alle Leute über diese eine Serie reden, ist halt unmöglich. So, wie hättest du vorher, also, klar, etwas wie Squid Game ist erfolgreich und dann guckst du nachher die Show an und dann kannst du analysieren, oh, das sind die Elemente, die das zu dem Zeitpunkt auch erfolgreich gemacht haben. Aber du kannst nicht im Vorfeld dir so eine Show ansehen und dann sagen, oh ja, das wird nicht nur erfolgreich, das wird den, den kompletten Zeitgeist einfangen. Das wird so das erfolgreichste Ding den kompletten Sommer über sein. So, und da immer hinterher zu sein und so eben auch krass das Geld reinzupumpen und zu versuchen, okay, wir müssen einfach nur die größtmögliche IP nehmen, die größtmöglichen Stars nehmen, die größtmöglichen Budgets nehmen und wenn wir einfach genügend reinpumpen und auch in die ganze Werbung, dann machen wir das auch erfolgreich. Und ja, du kannst es erfolgreich machen, aber du kannst es halt nicht, ne, wie willst du etwas hervorbringen, bei dem dann Leute so sehr drüber reden wie Game of Thrones. Also das war ja, ich würde mal sagen, nicht mal was so wie Breaking Bad davor in seinen letzten, äh, letzten zwei Staffeln oder dieser aufgeteilten fünften Staffel war, war irgendwie auf dem, auf dem Level. Vor allem ja noch so, Squid Game war ja so ein Riesenerfolg, aber das war dann eben die eine Staffel für so diesen Sommer, in dem das lief. Aber Game of Thrones war ja wirklich von Beginn an, ähm, und dann gerade so in den, den mittleren Staffeln ein Ding, was ja kontinuierlich durchlief und dann jedes Jahr einfach immer größer und größer und größer und größer wurde. Also, das in irgendeiner Form zu replizieren, egal wie viel Geld du hinterwirfst, egal wie viel, äh, wie groß die IP ist, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt mal jemals wieder schaffen kannst. For an unmined IP. Contestant number two. The Witcher had the Star Appeal and the Netflix Branding. Äh, Game of Thrones in der ersten Staffel gar keinen großen Hype, der kam erst später. Ähm, also, den, den großen End-Hype, den kannst du in der ersten Season auch gar nicht haben, weil das ja aufeinander aufbaut. Aber Game of Thrones war schon ab der ersten Season ein Mega-Erfolg. Vielleicht nicht hier in Deutschland, wenn man das da mitbekommen hat, aber international war Game of Thrones von Anfang an ein Riesending. Und dann wurde es einfach immer nur größer. So, hier in Deutschland brauchen die, brauchen wir einfach länger, um irgendwas mitzubekommen. Also, ich glaub, Breaking Bad war in den USA so ab der, mit Beginn der vierten Staffel war das ein sehr großes Ding. Und ich glaub, bei uns ist es erst so zweiter Teil, fünfter Staffel, so als die, die letzten Folgen ausgestrahlt wurden. Da war es dann ein großes Ding auf einmal auch bei uns. Ja. Ja, Game of Thrones kam eben auch, ne, die erste Staffel war, wann war das? 2011? War das, glaub ich? Oder? Ja, ich glaub, 2011. Das heißt, das war sogar noch vor dem Netflix-Boom. Das war noch bevor so House of Cards und Orange is the New Black und so alles riesig geworden sind. So, Game of Thrones, die Zeit hast du eben auch nicht mehr. Das war so, ne, nachdem, du hattest ja die Anfangszeit von den Serien, von den Dramaserien mit so Sopranos und The Wire und die liefen ja auch alle noch im linearen TV. Und dann hattest du diese zweite Phase aus Serien wie Breaking Bad und Mad Men. Und dann war Game of Thrones gerade so, begann vor dem großen Streaming-Boom und dass dann auch Leute angefangen haben, die Serien zu streamen. Und das war ja auch ein Ding, was dann Breaking Bad in seiner letzten, letzten zwei Staffeln oder gerade in der fünften und diese aufgeteilte dann mitnehmen konnte. Und Game of Thrones ist dann ja genau darin reingefallen. Also das war, das war nochmal, das hat halt echt dafür gesorgt. So Leute waren hungrig nach Serien und haben diese Qualität gewollt. Und das wirst du einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr replizieren können, diese Zeit, diese ganzen Faktoren, die dazu geführt haben. Also went for Game of Thrones' Dark Tone and already had a successful video game adaptation. I always had a sense that this had the most going for it. Contestant number three. Amazon's massive gamble. After purchasing the rights to the Lord of the Rings for something like a hundred billion trillion trillion dollars, Jeff Bezos was challenging the gods with a show almost too big to fail. It had to work, right? I mean, it cost the most. But there were promising signs too, like unknown showrunners who were reportedly Tolkien obsessive. To me, this was the riskiest, but it had the most potential. Contestant number four. Finally, HBO's answer to the vacuum they created. They had a million George R. R. Martin stories in the works, but this took precedent. This was another gamble in a way, you know, betting millions of dollars that there was still goodwill toward this IP. That's the question, huh? So there they are, you know, the four contestants. Let's see who the winner is. The next Game of Thrones is... I'm drawing this out so much because you know the answer. Everyone knows the answer. It was Rings of Power. Just kidding. It was none of them. So no fantasy show has reached the critical and popular heights of Game of Thrones, but has any show really? I mean, that's the thing not to sound like a Debbie Downer, but in the year 2024, it's starting to feel like that era of TV is gone forever. Part two. To understand the broader death of fantasy TV, let's look back at our contestants and see how they fared. Wheel of Time wasn't the worst case scenario. Some people really love it. And it certainly got better in the second season. Listen, I have my own opinions, if you've got an hour to spare. The problem with dissecting a TV show over... Da habe ich tatsächlich nie was von. Ich meine, ich bin jetzt eh kein großer Fantasy-Fan oder so. Aber von Wheel of Time habe ich nicht mal großartig was mitbekommen von der Serie. Something like a novel is that so many external factors go into the sex or failure of a project. Was it clumsy writing and a rushed pace? Or did Amazon simply demand fewer episodes and crunch the budget? People underestimate how many useless executives just stand around and make dumb decisions all day. Yeah, Wheel of Time feels rushed. It looks like a CW show and huge mistakes were made. But it generally captures the feel of the books. Generally. Then why didn't it reach that level of Game of Thrones? In Zach Barron's GQ article on the making of the show, he writes, For the first season of Thrones, HBO spent about $6 million an episode, a number that steadily climbed from there. Amazon and the Wheel of Time? They're starting at upward of a reported $10 million per episode. Simply put, expectations for fantasy have changed. This isn't the days of Merlin anymore. The budget is going to affect actors' locations. Each episode needs to feel like a movie. As a result, we get shorter and shorter seasons. These are hefty books, and to put even one of these things into eight episodes is pushing it. The result is a rushed pace, convoluted plotting, and characters we don't have time to care about. Do you guys really think they'd give 14 seasons to cover this 14-book series? I'd be surprised if we got anything past three. The Witcher is a show I honestly never cared about. I mean, I'm happy it has fans, but it seemed like from the start it was a mixed bag. Fans of the book were angry over choices in the adaptation, and it sounds like the angry fans included the star of the show, Henry Cavill himself, who exited the series under mysterious circumstances to be replaced by Liam Hemsworth for the third and fourth season. It seems like the star power wasn't enough to keep this show. Ich hab ehrlich gesagt von der Serie, ich hab die nie gesehen, aber das ist auch, weil mich Witcher jetzt nicht so sehr interessiert, aber ich habe von der Serie, seitdem es den Exodus gab, von Henry Cavill nie wieder irgendwas gehört. Also ich mein, klar, das ist meine persönliche Wahrnehmung, aber davor hab ich zumindest immer Leute aus meiner Timeline und sowas gehabt, die darüber gesprochen haben, oder die über Behind-the-Scenes-Sachen oder alles mögliche geredet haben. Und seitdem Henry Cavill raus war, hab ich nur noch davon gehört, oh ja, der ist raus aus den Gründen und weiß nur noch, als Henry Cavill da rausgegangen ist. Aber ansonsten hab ich nie wieder irgendwas davon gehört. So popular, I think it had good numbers for sure, but it wasn't watercooler TV. Which brings us to rings of powers, lackluster, everything. Only about half as many US-Hausholds watched the season 2 premiere, as did the series opener over their first three days of release. The first season cost 715 million dollars, and even though the second season is doing well by Am- Bro. Alter, das kostet einfach mal so viel, wie, das hat mehr gekostet als die Endgame-Dualogy. Jesus Christ. Und die haben ja beide zusammen so knapp 4 Milliarden in der Kinokasse eingespielt. In Amazon's standards, it isn't capturing viewers' attention. Only 37% of viewers in the US watched season 1 to completion. The fact that they're losing viewers in season 2 is a bad sign. You know, I could talk a lot about why this show doesn't work, but mainly I want to ask, who is this for? Tolkien fans are horrified by the huge lore changes, and casual fans are bored to death by the almost Wikipedia-style storytelling. Amazon can only adapt stuff in The Lord of the Rings, but everything in this show is told in more depth in The Silmarillion, a property they don't even know. Also, Amazon put all their faith into virtually untested showrunners, who themselves admit that making the show was a massive... Wait, was? Also, die haben, die haben Herr der Ringe gekauft als Lizenz, aber das betrifft dann wirklich nur die Herr der Ringe Bücher, oder was? Das heißt, alles andere, was, was Tolkien drumherum in diesem Universum erzählt, hat in anderer Form, das gehört denen gar nicht? Also, da haben die gar keine, keine Serien-Filmrechte zu? Warum hat man das denn nicht zusammengekauft? Bro, und dann für so viel Geld? What? What the fuck? ...sive learning experience. At one point, the showrunners asked a mentor and former boss, J.J. Abrams, to call Amazon to put in a good word. Which kind of makes sense. The show suffers incredibly from a storytelling tactic called the mystery box, which has been championed by J.J. Abrams over the years. Basically, you give the audience a mystery to be answered, even if it's something simple, and you run with it. Doesn't even matter what the mystery is. Rings of Power has quite a few. Mainly, is that Sauron? Is that Sauron? Is that Sauron? Is that Sauron? You get the point. If you want an extensive breakdown and a great video about this show, Hello Future Me, has the king of them all. Let's bring it all back home to HBO, or I guess Max now, even though I never watched Game of Thrones, I've become a huge fan of House of the Dragon. The first season was beautiful and tragic, and Patty Considine gave the performance of a lifetime. It seemed like it was pretty popular. Also, ich hab zumindest, was die Reception betrifft, hab ich zumindest immer gehört, dass die zweite Staffel von Rings of Power besser gewesen sein soll als die erste. Mich interessiert's nicht, ich guck das nicht, das ist mir egal, aber mich interessiert zumindest immer, was Leute über die Sachen denken. Und das war so mein Eindruck, den ich bekommen habe. Bei dem House of the Dragon-Ding hab ich eigentlich auch nur relativ positive Sachen gehört, generell. Aber es war jetzt halt nie irgendwie so, das, was alles gefüllt hat, oder wo ich auch Normie-Freunde hab drüber. So, Game of Thrones, das war auch, das war überall. Das war jede Person, die ich kannte, mit der ich gesprochen habe, die hat irgendwie Game of Thrones geguckt. Das war genau wie damals mit Breaking Bad. So, alle Leute in meinem Umfeld haben Breaking Bad geguckt. Und jetzt krieg ich eher nur noch halt die Leute, die halt wirklich so hardcore an Fantasy interessiert sind. ...but then Season 2 arrived and the cracks started to show. The slow but steady pace has become glacial. Repetitive scenes, plot conveniences, and a lack of forward momentum made for a season that felt like filler. Yeah, there were great moments, but by the end it felt like nothing had meaningfully changed. On top of that, George R.R. Martin disavowed the direction of the show on a now-deleted blog post. So, what's going on? Did the writers just suddenly lose their talent? Or did the corporate people do something? Yeah, it was the corporate people. Warner Brothers' discovery under the reign of David Zaslav is suffering tremendously and is forced to slash budgets left and right. It's hard, everyone's suffering, except David Zaslav himself, who made 49 million dollars last year. Because of budget cuts and the actors' and writers' strikes, the show was forced to cut the last two episodes, which would have included very climactic... And that's so geil, ich hatte letztens wieder so'n Kommentar bei mir drunter. Oh, mir geht das auf den Sack, dass die ganzen Leute sich immer nur über diese Manager und Executives drüber aufregen. Und also, ja, dann sollen die einfach mal aufhören, immer nur Scheiße zu machen. ...dick battles. This is why the season feels just kind of unfinished. But don't worry, we'll get to see the rest of it very soon in 2026. Let's stop for a second and make some conclusions. These four shows have been interesting case studies to see how an industry attempts to recreate an anomaly. First, you get a well-known IP. Then, you throw money at it. The end. The decline of high-budget adult fantasy TV isn't just because of the fantasy genre, it's because of TV itself. The streaming service model, which revolutionized the industry, is now killing it. Here's the secret. Streaming was never profitable. It was propped up by novelty, by big tech's willingness to destroy yet another industry with the promise of something better, only to give you a worse version of what you already had. It's like Uber and Rideshare apps. What if we made taxis, but it's just random independent contractors using their own vehicles, making next to nothing? Uber lost money in order to destroy an existing business model. Similarly, streaming destroyed a profitable business model in order to make a worse product. How many 22-episode series do you see anymore? I mean, I could go on forever about this. I made a video going deeper into this topic already. I'll just say that fantasy is in the crosshairs in this new era. Let's call this era the reality check era. In the reality check, streamers are raising prices, increasing ads, and focusing on cheap-to-produce content, such as reality TV. Basically, it's becoming network TV again. And fantasy never... Nein. Warum sollte ich? Wenn du es verstehen kannst, dann guck hier hin. Genau wie ich. Das ist für die Leute, die nicht so gut sind in ihren Englischkenntnissen. ... ...really thrived in that landscape. Fantasy, as we've come to expect it, is expensive as shit to produce. If you want movie-quality dragons, don't expect much more than six or eight episodes. And if these fantasy shows aren't bringing prestige or huge viewerships, then, like, what's the point from a business perspective? You're already seeing this attitude shift. HBO forcing their flagship series to cut two episodes because of budget is crazy. Similarly, The Witcher's ending after its fourth season, if not sooner. In the near future, only proven IPs will be gracing the small screen, no matter how needless and unwanted. There's no longer the same money or energy to create game-changing fantasy. When Game of Thrones came out, it was different and fresh, just like many of the shows of that golden era. The business is going back to normal, and fantasy was never really welcome in that time. So what do we do now? I love fantasy as a genre, and I think TV's a perfect way to adapt fantasy novels, which are often long as hell. Perhaps we find a way to make fantasy cheap to make. Even though animation isn't particularly cheap, it's cheaper than any of these shows, and seems like an obvious avenue. If my beloved Stormlight Archive got adapted as an animated series, I would be... happy. Moral of the story, fantasy, it's not your fault. I love you, fantasy, and if you aren't destined to stay on the small screen, at least we'll see you on the big one, probably. And in books, of course. But books are not a visual medium. What is a visual medium? Photography. And what is my new favorite hobby? Photography. Even though I am only a novice at photography. And I am still the master of transitions. In Outdoor Photography, See, Shoot, and Share the Beauty Around You by Min T. I've been exploring photography through a lens I've never seen through. Enjoying the wordplay. And it's only one of a number of great classes and learning a bit more and just having fun going through the catalog. The first 500 people to use my link in the description will receive a one-month free trial of Skillshare. That's a free trial. That's cool. Get started today. Don't miss out. Thank you for watching, everyone. I put a lot of effort into these longer videos, so I appreciate you. These are our loyal patrons, many of whom are brand new now that I started reading Game of Thrones and vlogging it. Two bucks for everything on the Patreon. Anyways, just wanted to say that. And thank the patrons. Thank you, Skillshare. And thank you, the viewer, for being there for me, parasocially. I hope you are happy and loved in your life and have a very lovely day. Bye-bye. Cooles Video. Ja, also ich finde diese diese Grundprämisse, dass die Fantasy genau wegen dem Erfolg von sowas wie Game of Thrones einfach immer mit zu viel Geld reinballern wollen. Hast du mir... Das ist mir... Mir ist das... Mir ist dieser Film so scheißegal. Die ganzen... Die sollen einfach aufhören mit ihren verkackten Remakes. So, ich weiß leider den wahren Grund, warum das so viele Dislikes da drunter hat. Aber vor allem nach so kurzer Zeit. Aber ich hab einfach... Ich will einfach, dass die aufhören mit diesen scheiß Remakes. Die sind alle kacke. Die sind alle scheiße. Die haben keinen Grund zu existieren, außer noch irgendwie mehr fucking Geld zu machen. Das ist... Das ist so eine leere, corporate, garbage Hülle für Remember this one. Kennst du hier noch? Blablabla. Und die Art und Weise, wie sie versuchen, die Dinge anzupassen, ist so... Also wirklich so... So hohlköpfig, weil einfach niemand, keine Personen, die irgendwie daran beteiligt wissen, tatsächlich wissen, wie man irgendwelche progressiveren Ideen umsetzen sollte, wenn du die unbedingt in deinem Retailing haben möchtest. Das heißt, du gehst eigentlich allen Leuten damit auf die Nerven. Oh, deswegen... Deswegen geht's mir immer auch so auf die Nüsse, dass ich da irgendeine Scheiße gerade stellen oder in Anführungszeichen verteidigen muss, weil ich die ganze Kacke eh nicht sehen will. Ich hab einfach nur keine Lust, dass solche Sachen dann für Kulturkampf-Scheiße benutzt wird. Das geht mir halt immer auf den Keks dabei. Einfach wieder eine neue Stargate-Serie rausbringen. Das war... Das war doch auf einem... Auf einem Level. Ich meine, das ist ja wie diese ganzen CW-Shows, ne? Die sind ja auch unfassbar günstig produziert. So, guck dir mal die... Die ganzen Special Effects bei so einer Serie wie The Flash an. Aber es sieht tatsächlich, ehrlich gesagt, immer noch besser aus als bei dem Film, der mehrere hundert Millionen gekostet hat. Oh. Das Crow-Remake, das soll richtig, richtig schlimm sein. Also, da hab ich auch... Da war auch meine Timeline voll von Leuten, die so... Das ist mit das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also, den... Ich hatte null Interesse an diesem Film. Nachdem alle gesagt haben, das ist somit das schlechte... der schlechteste Film des Jahres. Jetzt will ich den sehen. Das bringt... Es bringt mich meistens mehr dazu, irgendwas zu gucken, wenn alle Leute sagen, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also, ich meine, Leute waren bei... Wann waren Leute für Flash noch gehypt? Weil der... Der Hype, der ist schon zwei Jahre, bevor der Film rausgekommen ist, schon im Keller gewesen. Ja. So, hattest du wirklich noch Lust, einen Film zu gucken, wo ein Jahr davor der Haupt... Also, der... Äh... Hauptdarsteller... Ähm... Äh... Einfach auf irgendeine... Von der Polizei gesucht wurde, gekidnappt hat oder sonst was. Also... Das... Und dann mit dem ganzen anderen Rest, den die Halter fabriziert haben, das war einfach dann klar, dass das wieder Mist wird. Also... Äh... Jetzt, wo... Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob ich auf einmal super Interesse daran habe, aber ich mag James-Gunn-Filme. So, ich mochte... Ich mag die... Ich mag die Guardians-Filme, ich mag den... Den Suicide Squad, den er gemacht hat, den finde ich super. Und das heißt, der einzige Grund, warum ich mich jetzt irgendwie auf einen... Äh... Auf so einen neuen Superman oder so freue, ist einfach nur James Gunn. So, das ist der... Das ist der einzige Grund und ich hoffe, dass man da jetzt mal jemanden hat, der ein bisschen mehr... Äh... ein bisschen mehr Planung in das Ganze rein... reinbringt, ohne alles direkt wieder kaputt zu machen. Was hat Flash... Du meinst... Äh... Du meinst Flash oder Ezra... Ezra Miller? Ähm... Mehrere... Äh... Das waren... Also, es war wirklich ein so ein... so ein Kidnapping-Ding ähm... Und dann noch wegen irgendwelcher anderen Vorfälle von der Polizei gesucht im... im Ausland. Am besten einfach mal... Ich glaub... Ich glaub, da musst du nur Ezra Miller eingeben bei Google und dann kriegst du die ganzen Geschichten. Ja. Es ist einfach insane gewesen, dass dann so was wie Flash noch unbedingt rausgepresst werden musste und dafür haben sie andere Filme dann... Ne, fertige Filme einfach gecancelt und ja, ne, das... Da nehmen wir jetzt nen... Das machen wir jetzt für die Steuern. Das war... Das war wirklich absurd. Das war wirklich absurd. Das war wirklich absurd. Das war wirklich absurd. Ich hab das Und da wie auch wie ihr was in unser